Wir befinden uns hier in Egelfen auf der Straßstraße 21, 10 am Kreisverkehr. In dem Kreisverkehr ist ein Tiertransporter mit Lebendtieren im Anhänger eingefahren, wobei beim Umfahren des Kreisverkehrs der Anhänger umgestürzt ist. Im Anhänger befanden sich 89 Schweine auf drei Ebenen. Von diesen 89 Schweinen wurden 18 Schweine durch den Verkehrsunfall getötet. Zwei mussten an Ort und Stelle, die verletzt waren, durch einen hinzugezogenen Tierarzt getötet werden, um das Leiden der Tiere zu beenden. Untertitelung des ZDF, 2020